So, moin moin, die YouTuber von TwinTV haben heute ein Video hochgeladen mit dem Titel Raus aus der Irrelevanz, in Klammern mit MrTrashpack. Dieses Video ist eine wunderbare Parodie von Raus aus den Schulen mit Peter Zwegert. Hier kann man sehen, dass MrTrashpack auch über sich selber lachen kann, besonders auch dann, wenn diese Herr Newstime-MrTrashpack-Vergleiche aufgekommen sind. Und für mich natürlich ganz interessant, in dem Video wurde ich auch selber aufs Korn genommen. So haben die Jungs von TwinTV einen verpixelten Herr Newstime aufgesucht, der die beiden ganz böse abgewiesen hat. So, moin moin, euer Herr Newstime hier. Was kann ich für euch tun? Herr Newstime, wir sind im Auftrag von Herrn Wetzir. Können wir mal kurz reinkommen? Ach, die scheiß Kamera aus. Hörpiste euch. Komm los. Wünschen noch einen wunderbaren Mittag. Glaubt euch wohl. Euer Herr Newstime. Scheiße. Ich stelle mir gerade vor, was wohl wirklich passieren würde, wenn von meiner Haustür zwei Leute klingeln, die sagen, dass MrTrashpack sie schickt. Nein, aber diese ganze MrTrashpack Herr Newstime-Sache wird in diesem Video wunderbar, auch teilweise sarkastisch aufbereitet. Und ich empfinde das auch für mich als eine große Ehre, dass ich hier karikiert werde. Darüber hinaus ist das Video für YouTube-Verhältnisse auch ziemlich gut produziert. Seit nun einer ganzen Weile gibt es diese MrTrashpack und Herr Newstime-Vergleiche. In der Vergangenheit, und das sagt ja auch MrTrashpack selber, gab es halt das News-Monopol MrTrashpack. Und dann irgendwann war ich da und dann gab es halt diese Kommentare, Herr Newstime war schneller als du. Also, MrTrashpack und ich wurden und werden nach wie vor immer wieder miteinander verglichen. Und einige der Zuschauer wollen, warum auch immer, es ist mir ein Rätsel, ein hegemonisches News-System haben. Also, dass am besten nur ein einziger YouTuber die YouTube-News machen darf. Ich meine, in dieser Intensität fällt mir auch nur die News-Community ein, wo das halt so krass ist. Ich meine, schaut euch mal die Vlog-Community, schaut euch mal die Let's Play-Community, schaut euch mal meinetwegen auch die Beauty-Community an. Da heißt es ja auch nicht, dich braucht man nicht, weil es den anderen gibt, der ähnlichen Content macht wie du. Und was auch ziemlich komisch ist, manche kritisieren den einen, weil er relativ schnell die News bringt und den anderen, weil er relativ spät die News bringt. Da kann man teilweise das Gefühl haben, dass sich hier die Community sehr uneinig ist. Soll die News schnell kommen oder soll sie langsam kommen? Ich versuche jetzt einfach mal im positiven Sinne, die Unterschiede von MrTrashpack und mir zu verdeutlichen. Der Content von Trashy ist eher dokumentarisch aufbereitet. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass er halt dieses Wochen-Format hat, wo er ziemlich viele Themen behandelt. Und ich meine, dass meine Videos eher diesen Breaking-News-Charakter haben. Also wenn etwas Relevantes passiert, dann möchte ich die Zuschauer auch möglichst schnell darüber unterrichten. Also ihr seht, es gibt Unterschiede und es ist auch gut, dass es Trashy gibt und vielleicht ist es auch gut, dass es mich gibt. Der Link zu dem formidablen Video von TwinTV befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.